Wir haben jetzt noch ein Brandgemäße, das wir hier noch haben. Wie komme ich aber da hin? Also das müsste dann der andere Weg mal draußen sein. Oder auch nicht. Ach komm, ich nehme das Lagerfeuer. Ich glaube manchmal sind Lagerfeuer einfach dazu da um. Eine Schnellreise durchzuführen. Und die anderen Sachen sammle ich dann. Irgendwann mal, dann mache ich dann eine Backtracking-Folge. Wenn das Spiel durch ist oder so. Oder auch so mal. Ich finde aber schade, dass das Spiel nicht ganz so viel Neues bringt. Na gut, ein paar neue Sachen hast du schon. Obwohl... Vielleicht mehr Waffen-Möglichkeiten. Obwohl, was soll es denn sonst noch geben? Sniper. Sniper wäre cool. Ach, das Spiel ist schon geil. Und in Zukunft kommen so viele gute Spiele noch. Aber ich freue mich auf die ganzen Kampfspiele, die noch kommen. Ich liebe Kampfspiele. Kampfspiele an Aptecken. Und ich habe noch nie so ein richtiges Soul Calibur in der heutigen Zeit gespielt. Also... Es gibt auch kein DLC-verseuchtes Soul Calibur bis jetzt. Okay, wir müssen zurück. Sonst gibt es hier nichts mehr. Doch, das aber... Braucht man ein Schläufel dafür. Hier gibt es noch ein Wandgemälde. Mach egal. Hm, unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Jonah? Wir sind unten. Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor. Wir treffen uns dann dort. Ich wollte schon sagen, hier gibt es doch auf der Karte so vieles an unbekannten Terrasse. Obwohl ich nicht weiß, wie man da hinkommt. Obwohl doch hier... Und dann geht es hier um. Es ist zur Hölle. Grabstille? Mal gucken. Hier ist auch noch so ein Gebiet. Lol, da ist ein Relikt. Das habe ich schon. So wie es aussieht. Ah, was war hier drin? Was ist hier noch rein? Ach, das von Mela habe ich noch nicht gesehen. Immer noch nicht. Weil ständig eine Sequenz... Nein, ich hätte es sehen können. Scheiße. Egal. Ich bin jetzt sofort runter zu Jonah. Aber kann ich nach diesem Abschnitt endlich mal... Oh Gott. Ich bin noch weiter runter. Okay, Lara. Festhalten. Oh, jetzt gibt es auch endlich sowas wie Unterwasserhöhlen. Das ist gut. Oh, das ist nicht gut, dass es so eng ist. Alter. Mir wird gerade schwarz vor. Alter, Lara. Wehe, du stirbst. Oh Gott. Oh Gott, Lara. Ich glaube, beengt ist es dann sogar noch schlimmer. Ups. Das war Reflex. Ähm. Oh Mann. Lara. Schwimm. Äh. Oh Gott. Oh Gott. Scheiß Murin Was haben wir denn da? Keine Kommunikation Oh Gott, die Kamera Spinnenprüfung? Oh bitte nicht Warum habt ihr Jade, meine Freunde? Oh Gott Oh Gott Unmöglich, ich kann nicht mehr tragen Wir müssen die Taschen erweitern Okay Vielleicht schon Und dass es da auch weiter ging Hmm Oh Gott Das hat funktioniert Prüfung des Adlers Unglaublich Unglaublich What Was steht Was steht wohl am Ende dieser Prüfungen? Die verborgene Stadt hoffe ich, aber Was noch? Was noch? Achso Dafür brauche ich aber die Liste Kriege Oder den Tuch Oder den Tuch Ich guck mich hier erstmal um Dafür habe ich nicht genug Platz Ist mir doch egal Ist mir doch egal Steckst du dir da sonst runter Das war eine gute Idee Das war eine gute Idee Okay Von letzter Zeit Woran das wohl liegen mag Ach du Scheiße Bitte Was? Sie steht noch Nach Jahrhunderten voller Stürme und Erdbeben Wir werden sterben Wir werden sterben Ich wollte nur was ausprobieren Holy Shit Okay Okay Wenn ich das richtig sehe Kann ich da auf dem Balken nicht stehen? Anscheinend nicht Ne Kann ich nicht Das heißt ich muss einen anderen Weg suchen Ich bin so doof Ich bin so doof Warum gehe ich nicht einmal mal da runter? Liste Wäre eine Leiter wenns richtig herum wär Da gibst du mir schon wieder einen Hinweis Versteh's nicht Versteh's nicht Den Trick darf ich nicht vergessen Ah Ach nicht sowas wieder Das kenn ich doch Warum kommt mir das so bekannt vor Da muss ich aber jetzt mal sagen Haben sie sich nicht viel neu einfallen lassen Weil das gab's schon Den Tomb Raider Okay Das war Fail Hier geht's um Timing Nee ein bisschen anders erreicht Oh Gott Geschafft Die geht noch nicht Ah Hm Hm Ah, ok, ich hab's. Natürlich muss ich die Treppe hoch. Ähm, so. Und dann hier ein Langjub. Mein Fehler. Kann ich... nein. Mehr Siegel. Laura, was ist los mit dir? Ich wollte doch wieder weg. Ich wusste nicht, dass da was angerollt kommt. Warum stirbt ihr auch da durch? Das war knapp. Ist hier irgendwo noch was? Ich meine nur... Ja. Hm. 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 Das könnte klappen. Ah. Verdammt. Der Hebel kann die Tür nicht mehr halten. Ich war nicht weit genug hinten. Ich wusste doch, das muss für etwas gut sein. Hm. Gut, jetzt dreht sich die Leiter. Hm. 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 So much. Ahhhh. Ahhhh. Puh. Alter. Das war knapp. Ich glaube das war gerade auch knapp. Und weiter. Ähm. Hier geht es endlich lang Nein! Och Lara! Oh Gott! Ich bringe sie noch um! Ah, so geht es. Ich bin der König, der wir... Na gut, das lassen wir mal. Vielleicht sehe ich von hier aus, wo wir... Okay, ich weiß schon, wo wir hin müssen. Horakan, von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Und help! Na gut, ich hätte mich auch loslassen können. Ich muss warten. So, in der nächsten Runde... Na ja, die Leiter steht wenigstens. Äh, Lara? Please! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott!